Der Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ist dieses Jahr, wie wir darüber in unseren Sendungen mehrfach berichtet haben, 20 Jahre alt geworden und zu diesem Jubiläum hat der Landesrat in der Serie Landesratauswahl eine neue, die fünfte CD mit deutscher Volksmusik aus Ungarn herausgebracht. Diese neue Sammlung möchte ich Ihnen heute vorstellen. Elf Kapellen, kleinere und größere spielen die insgesamt 20 Stücke, die auf der neuen CD ertönen. Selbstverständlich zählen sie zu den zurzeit besten Ungarn-Deutschen Blas- bzw. Harmonika-Musikformationen landesweit, die in den Qualifikationspräsentationen des Landesrates am besten abgeschnitten haben. Ich danke dem Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen für das Material und ganz besonders dem Chefredakteur des Internetblattes Landesratforum Manfred Meierhofer für die Informationen. 1986 gründete Michael Gass auf Vorschlag des damaligen Kulturhausdirektors Etelé Horvath eine Musikkapelle, die die Wehmänen der Tänzer bei ihren Proben und Auftritten begleiten konnte. Im Jahre 2001, bei der 15. Jubiläumsfeier der Wehmänen der Jugendblas-Kapelle, übernahm Johann Hahn offiziell die Leitung der Blas-Kapelle von Michael Gass. Seit 2002 bildet er die jungen Menschen, die jungen Mitglieder weiter, die dann im Orchester Flöten, Trompeten, Bariton und Tuba spielen. In den Jahren 2006 und 2009 erhielt die Wehmänen der Jugendblas-Kapelle unter der Leitung von Johann Hahn die Qualifikationsstufe Gold mit Auszeichnung bei den vom Landesrat veranstalteten Wertungsstufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen.